Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers live zusammen mit Litzgeroddy Hallo Dann schneiden wir erst mal das Video hier Oh, das ist schlecht Ah Ich habe hier keine Verbindung, warum? Für die zwei Tauschmauer Die zwei mittleren Das musst du ja fast Wenn es sonst gar keine Verbindung hat Sad Diese Vlogs waren auch schon mal besser Ja, komm Krass, aber wir haben ein Foto gemacht, wie es dabei stand Ja, gut Ja 13k? Ja, geht doch Ja Da ist das Geld Zahltag Money Money, 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 Money Ich weiß nicht noch andere Lied, aber ich habe vergessen Ja, ich weiß My money won't jiggle jiggle So Wann gehst du zum Leadpoint? Das ist der Ten Heer, den wir brauchen Du siehst, hast es wieder sein Streichplan Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ein Prank mit Lonside? Wow, ich liebe ihre Pranks Hier, nimm unser bestes Chroma Ich hatte es vorbereitet, um unsere Weltraumspiele zu promoten Was genau Was genau Okay Ha! Oh mein Gott Ein Wissenschaftler, ein Renommierter Hat letztens ein Foto von Scheibe Salami gepostet Und gesagt, das ist ein Foto von Stern Proxima Centauri Und dann haben die Leute geglaubt Deswegen jetzt gehen es tausendmal um die Welt Schön Mann mit Humor Okay Oh, die stehen weiter vorne Bitte lass das gewesen sein Oh mein Gott Das wird die ewigste Pranks seit dem Urknall Es ist Zeit aufzunehmen, Kamera läuft Ja, das hat sie jetzt schnell aufgebaut Ich muss die Alien Maske tragen Willst du die Maske auch anziehen oder? Oh ja, geil Das wird niemandem auffallen, ne? Ne, natürlich nicht Starker Prank Stark Ich muss wieder so'n Shitvloggen machen Sad Ich ziehe dir auf die selbe nochmal Das war ein großartiges Video Bobby ruft mich ran Er hat auf jeden Fall die Video Benachrichtigung bekommen Ich werde mal sehen, ob er auf den Pranker reingefallen ist Video Benachrichtigung ist doch nicht mal an, du! Bei den Wolken des Jupiters Bobby hat das alles geglaubt Ich habe bereits auf der Suche nach einem Babysitter Der auf unseren Hund Dexter aufpasst Er hat schon eine Badehose in den Koffer gepackt Was? Und zu Saturn zu fliegen und mit dem ausländischen Brot zu brechen Haha, das war brutal Meine Fans sind begeistert von diesem Prank Ach ne, was machen die jetzt? Was ein seltsames Boden Die Wahl kommen Endes auf einen Snack vorbei Haha, ich bin so witzig Ich geh einfach wieder Hä? Schau, sogar Riko hat das gekauft Ja Vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir zu arbeiten Also werde ich eine überrascht von Hause schicken Bei deinem Talent wirst du noch weit bringen, das Ball Alter, mit 3 Stunden schlaft dieses Game auch neben mir Okay, jetzt merke ich erst, was das eigentlich für eine Drogengeschichte gefühlt hat Oh, der Typ war in die andere Richtung Okay, die Streaming-Funktion Nicht nur 80 Wait a fucking minute Wait a fucking minute Wait a minute Komm, ob ich in den Hosen bekomme Hahaha Die Spacehose Warum ist das so still? Ist das so, ich muss nie mal Musik spielen Sch- Wie ist die stille? Was schauen die Kinder da hoch? Ich muss mir auf eine GGN, Big Bang Fitz berechnen Ich bin später da noch Tja Scheiße gelaufen Nein, wir kommen raus. Ist das nicht mehr Sinn? Nein, sonst wird die Abendfreunde nur aus einem der Kies. Meine Freundin Tina hat wieder Liebeskummer, ich bringe ihr ein bisschen Zuckerwatte, um sie aufzuhalten. Gott, ist der klein. Der Schärbel weit hinten. Schaut mal, wie klein der ist. Fuck, verschrieben. Ja, so. Bitte. Streaming Funktion. Perfekt, jetzt kann deine Drohne live streamen. Du kannst deine Aufnahmen bestellen auf deinem PC oder auf der Konsole Stream, mit dem du die beiden neuen Skripte verwenden. Das Game Streaming und Just Chatting. Können wir bitte den asiatischen Quince kaufen? Die Quince installiere... Was? Installiere eine App für dich, damit du die Fußgründe deiner Drohne immer einsehen kannst. Komm zu mir, wenn du sie auflusten willst. Hä? Wir haben noch die Mission. Ah, jetzt nicht mehr. Das ist ganz wichtig. So. Wo ist der Shit? Hast du den Shit? Aha. Haben wir den Shit? Wir haben den Shit, ja. Den haben wir ja immer noch im Inventar, ne? Okay. Den musst du ihm jetzt geben, oder? Den muss ich doch dem Techniker geben. Ach so. Dann gibts den Techniker. Den. Scheiße, ich vergesse immer wieder seinen Namen. Und ich spreche nicht. Ich nehme ihn wieder falsch aus. Mark. Mark. Oh, ist der noch offen? Ich hoffe mal. Sonst dreht mir seine Tür ein. Yeah. So, den mussten wir den hier geben, ne? Der wäre 5.000 wert. Wow, ein RMF3000. Ich kann sehen, was das Problem ist. Es scheint, dass der Doc gerne Kaugummi kaut, wenn der arbeitet. Hier, bitte sehr. Okay. Ja, cool. Äh? Hä? Was ist der Punkt dieser Mission? Ich würde den Elektro... Aber denk daran, dass du ihn übergehen lassen musst, bevor du ihm... Ach so. Aber der hat den jetzt schon hoffentlich... Oh. Hi, GG. Hast du mir, Junge? Meine Zeit ist kostbar. Ja, gut GG. Die hat eine Herz weniger als die anderen Leute. Die kannst du nicht erhören. Die hat eine Mischung. Nein. Du hast noch 15 Minuten offen. Das ist genug Zeit. Du hast es geschafft. Danke, Afergurdi. Du bist ein toller Freund. Endlich kann ich herausfinden, was in meinem Laden los ist. Hier, nimm die Maske, die ich getragen habe, als ich mit Zebra-Tomys gespielt habe. Ich habe gehört, dass sich ein ehemaliges Babyglied, das sie aufgetragen hat, in ein echtes Tommy-Thema verwandelt hat. Warum? Ihr habt vier Herzen. Ah! Kannst du ihr jetzt wieder was schenken? Ja. Soll ich die Maske zu schenken? Nein, nein. Ich meine, bringt das dann noch was? Weiß ich nicht. Nein! Du kommst ja nicht raus. Für breiterste Türsteher. Apropos Türsteher, hol doch mal einen Milchshake und schenk ihr den. Ja. Wir haben ja eh genug Cash. Apropos Türsteher. Ich weiß, damit geh in den Club, weil Clubs immer einen Türsteher haben. Aber der hat doch erst um 10 auch, oder? Dann geh erst mal nach Hause und schneid ein Video. Ja, dann müssen wir truppen, müssen wir anfangen. Dann steh halt einfach rum bis 10. Ja. Ja. Wir haben ja eh noch was bekommen von der anderen. Oh no. Ja, wir wollen nochmal einen Poster. Ja, so viel mit dir gelacht, wird es jemals einen Prank geben, der diesem gleich kommt. Das Beste ist, dass Bobby alle Brote gegessen hat. Und Susis Brot war so scharf, dass er am Ende seinen ganzen Kopf in die Badewanne gesteckt hat. Ich schick dir ein paar Geschenke, mit denen du dein Haus schmücken und deinem WG-waren Kleiderschrauber weiter kannst. Deine Freundin. Wir haben keinen. Ja. Der WG-waren Kleiderschrauber. Okay. Okay. Wir haben ja noch ein Platz. Der Übern... Neben unserem Fenster. Oder neben PewDiePie. Das wird jetzt die Wands der... Oh, es hängt weiter oben. Ist ja immer schrecklich. Ah ne. Ja, perfekt. Dann legen wir das alles wieder in die Kiste. Wir haben da noch ein Game. Wo haben wir denn da noch ein Game? Ja, weil wir die Konsole da finde ich haben, oder? Ach ne, beim Platz da finde ich auch. Nein, der Kommt. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Die Zeit davon sind vorbei. Das ist ne jetzt Schmier. Hö? Ja, Zombie-Zebra. Ah, okay. Oh! Oh, Quincy hat nur einen Speicher von 3. Heißt schon immer, wenn es eine bessere, hat die wahrscheinlich dann einen größeren Speicher. Wtf ist falsch mit diesen Clips, denke. Aha. Ach so. Okay, ich bin schon gestopiert. Ach so. Nice. So. Jetzt holen wir uns beim Club was für uns selber und was für die andere. Uh, glaubst du, du kommst noch hin? Wenn sie sterben? Ja. Nicht rechts? Ja, das müssen wir es auch schon. Du hast eh genug Energie. Hey, Quincy hat sich wirklich, aber ich bin so aufgeregt, meine Designs werden in dem Videospiel Monster Runaway sein. Das ist schon zu, ne? Nee! Aha, dann haben wir unsere Energie wieder auf. Ich kauf das Billigste. Du hast nicht so viel Cash, dass du dir was leisten könntest. Und du musst auf 10.000 sparen, um eine neue Quest abzuschließen. Ja, wir können doch mal schauen, was wir als nächste Quest machen können. Ja, jetzt erstmal kurz zum Club. Oh, die Straße ist wieder repariert. Cool. So. Okay. So. Ja. So. So. Jetzt go Galaxy. Oh, sie ist heute gar nicht hier. Sie wird heute im anderen Club sein. Also wollen die Leute von mir weg, aber du bestehst darauf, dass ich mit dir rede. Ich bin in die Stadt gekommen, um von meiner Stadt wegzukommen und von der Musik zu leben. Aber ich habe den ersten Typen, der mir helfen wollte, verraten. Glaub mir, du wirst nicht mein Freund sein. Haha, du hast die Freude gewonnen. In einer Industriestadt in der Welt von YouTube-City. Ich habe in einer verlassenen Kostümfabrik geschlafen und aufgelegt. Der Fug. Ich brauche einen Stern... oder eine Milky Wayshake, ne? Genau, Milky Wayshake. Und wieder raus hier. Vielleicht bevor du ihr beschenkst. Du wirst sie wahrscheinlich hier nicht finden. Naja, aber wir können auch schon, was jetzt unsere nächste Mission wird. Also hier steht noch Stream. Geh nach Hause und du deinen ersten Livestream für deine Abonnenten auch. Das können wir ja machen. Und dann... Oh, hier ist endlich der Beitrag, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Von wegen, wie das Freunde-System funktioniert. Und dann müssen wir noch mit Scheu reden. Oh, wir sind... Wir sind Freunde mit... Ähm, wie ist sie? Blair. Mehr haben wir nicht erreicht. Vier Herzensfreunde. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann sein, dass... Was hier als Eins beschrieben ist, Null Herzen ist. Ich meine, wir vier haben, sind wir Special Friends. Hoho. Aber ich wollte eigentlich... Ich dachte schon, äh... Wie man am besten Freunde macht. Wie man am besten Freunde macht. He. Sooo. Warte. Das geht hier gar nicht um die Herzen. Wie kann ich mit fucking Quincy streamen? Äh... Ja, wenn du dich an dem Platz sitzt, oder? Du starten. Wir müssen erstmal alle Herzen voll kriegen, ne? Um Freunde zu werden. Oh, das ist das. Oh. Ja, easy. Machst du. Bis jetzt schon besser als Sack Simulation. Bis jetzt schon besser als Sack Simulation. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Was für ein Troll. Ist das schneller? Boah. Das ist voll. Ich habe nur 7000... Ring! Super, aber für Grotti. Du hast deinen ersten Live-Stream-Immerk. Streaming verbraucht mehr Energie als das Hochlauten deines Videos, aber du hast eben ja jetzt gesehen, dass du dafür... und deinen Abonnenten auch mehr zugenommen bekommst. Es kann eine gute Einnahmequelle sein. Mit der neuen Glitch App, die ich auf deinem Handy installiert habe, kannst du sehen, wann mehr Abonnenten anders sind und wann die beste Zeit zum Streamen ist. Also, anfangen zu streamen auf den Groddy. Piep piep, Glitch App wird auf deinem Handy installiert. Was für ein Glitch? Kannst du jetzt öffnen. Der Glitch Zeller wird gefüllt. Gefüllt. Wenn du nachdem wie viele deine Abonnenten einen Livestream sehen wollen, lass nicht zu, dass der Zeller sein Limit erreicht, sonst sinkt ihr Interesse. 1.000 View? 1.000 View? Nice. Wir müssen vielleicht öfter streamen. Yo. Ist das ein Stream Zusammenschnitt? Oder was ist das? Ja. Das ist cool. Ja, Digga, einfach unser bestes Video. Ja. Ja. Gott gleiche Stream. Ja. Gott gleiche Stream. Ja. 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 gut dann will ich auch sagen das war's der folge lasst like und abo da wenn es euch gefallen hat ich hoffe jetzt gerade vorbei und bis zum nächsten mal tschüss